Also für mich ist die Kampagne wichtig, weil es da um die Gesundheit geht, um die Gesundheit von allen und deshalb bin ich gerne da. Ich arbeite in einer Gärtnerei und da natürlich haben wir sehr viel Kundenkontakt und da sind wir sehr bemüht, dass wir alle die Masken tragen, dass unser Gesicht, in unsere Mund und Nase geschützt ist und dass der Kunde einfach während seinem Einkauf sich so fühlt, am besten wie auch vor dieser Corona-Zeit. Für mich ist wichtig, auch das Zeichen, dass man positiv bleibt in der ganzen Zeit. Für mich ist wichtig, dass jeder auf seine Gesundheit und auch des Nächsten achtet, dass man solidarisch ist, dass man einfach sich bewusst ist, dass das wiederkommen kann und dass wir alles daran setzen, dass das eben nicht normal passiert.